... ... ... Ach, hier geht noch ein Grund. ... ist schon wieder ins Klett. Wo ist das Klett? und und müssen wir jetzt auch da wenn man da und zu Recht geklickt aufmachen können. Willst du vielleicht abbauen und ich will keinen Pickaxe mehr? Creeper! Trot? Nee. Juli, das kommt davon, dass wir immer weiter runtergehen. Ey, wieso? Hier war ein Block. Guck. Da war ein Block. Den hab ich weggemacht und bin nach vorne gelaufen. Alter, ey. Hab ich mich eben erschreckt. Okay, da gehen wir nicht mehr runter. Jetzt jedenfalls nicht. Ähm, wollen wir vielleicht kurz, äh, Eisen brennen und dann 10 Eimer Lava mitnehmen? Dann können wir uns ein Neta-Portal bauen. Alec, hast du nicht ein Neuerzeug? Um eins zu bauen. Ach ja, stimmt. Ditch. Ich wollte dich gerade hauen, aber ich lass dich lieber. Du guckst mir nur so geknackt an durch den Ironhelm, sind in deinen Augen immer nüsse. Äh, ne, ne. Pixel selber besser. Hier ist noch mehr Gold. Ich hab den perfekten Nerdscan. Ja. Wer hat dir mitgeholfen? Ich. Jetzt überall noch Ironer drauf drauf. Die müssen noch aufbauen. Hier geht da noch mal runter. Das ist nicht mehr zu abbauen. Ich hab noch einer. Da kommt eine Spinne. Ah! Da kommt denn hier eine Spinne? Ah. Ach, da hinten. Da hinten? Ist doch schon tot. Wo war ich so lange, wenn man das Eisen hier hat? Zwei. Eins. Zwei. Hast du keine Pickaxe mehr dabei? Nö. Ja, toll. Ich hab auch nur noch eine. Ja, wir gehen gar nicht. Du, Mann, ey. Wär da jetzt drunter irgendeine Hülle oder so? Ich wär im Arsch. Boah. Ja, ich bin eben schon fast durch den Creeper verreckt. Da bin ich jetzt vorsichtiger. Hast du jetzt noch irgendwie Essen oder so? Noch drei Brote. Ja, eins. Ich hab schon. Ich hab noch Brot. Wo ist das, Janis? Könnte ja nicht das einzige Eisen gewesen sein, oder? Doch. Okay, wir gehen nach Hause. Ja, hab ich eben auch gesehen. Wollte ich auch schon grad sagen. Schwierig an Sklett gehört oder wie? Ich hab schon mal ein paar. Ich hab mich nicht beschuldigt. Ich hab mich nicht beschuldigt. Wo kommt das jetzt plötzlich her? Ich hab jetzt elf Bögen, elf Knochen. Ich hab jetzt elf Bögen, elf Bögen. Ich habe mich alles gebunden. Es ist noch mehr Eisen, das nehme ich noch mal kurz mit. Ich höre eine Spinne. Ich bin wappt. Ich höre trotzdem eine Spinne. Ich auch. Wir können das Eisen irgendwann noch mal mitnehmen. Ach, von hier kommen wir. Scheint so. Ja, von hier kommen wir. Kommst du hier hin? Hier sind unsere Cobblestone-Dinger. Hier können wir dann nach oben gehen. Warte, Treppe kurz fertig bauen. So, so, so. Dann können wir hier hoch. Das mache ich da jetzt zu, so. Kommst du mit? Ja. Wir können... Hier, wir können auch... Weißt du, was wir auch machen können. Wir könnten hier... Was? Ja, wir könnten... Wir könnten auch hier hoch, könnten da oben aufmachen und da rausschwimmen. Weil da habe ich nämlich vorhin zugebaut. Ich weiß, aber wo ist das? Mitten auf dem Meer, oder? Ne, im Moorgebiet. Im Mobium, glaube ich noch. Wir könnten aber auch einfach rausgehen. Weil wir gleich draußen sind. Wir können jetzt noch einen Wassereingang brauchen. Wir können jetzt noch eine feste Mine machen. Ja, können wir doch später auch noch. Es ist Nacht. Und es regnet. Geil. Regnet es aus. Trotzdem ist es Nacht. Hm. Nacht ab 6. Bist du noch hinter mir? Ah ja. Okay. Wie viel Eisen habe ich denn? 58. Kommst du raus? Da sehe ich unser Haus. Da läuft ein Kletterer. Kommt da rüber. Ach, hier. Wo müssen wir? Im Wasser. Jetzt ist es schon hell, hm? Aha. Was denn? Nix. Zum Ltern Zogtwört? Das sie ist vor Schla heavenly. Ganz einfach. Das hier ist so wichtig, ich möchte ja zum Glück haben. Da tauscht Albert-Paul. Aber es ist so schön. Ich kann nicht aus äupten. Sehr schön. ais годовые verdammul veggen. Ok. Komm, wir gehen pennen. Aber es hat einen Vorteil, das heißt, die noch aufkühlen. Ok, das Klett geht nicht sterben. Aber Türen lassen sich flüssig öffnen, verstehe ich nicht. Und Drohne auch. Aber ich bin im Bett. Ich komme. Ich bin auch im Bett. Legst du dich mal hin? Das liegt doch schon, oder? Ja, jetzt irgendwie nicht. Jetzt doch. Keine Ahnung. Irgendwie wird es nicht Tag. Liegst du im Bett? Nein, bei mir liegst du auch nicht im Bett. Ich bin rausgeflogen. Hm. Ich habe Tag gemacht. Warte mal. Ah. Nein, nein, nein. Doch, Gottverdank. Ich dachte gerade, meine Sachen werden weg. Nee, die sind noch da. Jetzt soll ich was essen. Ich habe keine Ahnung. 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 Aber du hast doch gesehen, dass ich Gott weg war. Ja, du warst draußen, ja. Okay. Hier ist sogar noch 59 Eisen im Ofen. Wie haupt. Jetzt kommen die Dias in die Kiste. Lass mich doch runter. Lass mich doch runter. Wohin runter. Hier runter. Ich bin doch schon unten. Nee, du stehst vor der Leiter. Nein. Doch. Doch. Du wachst bei mir auf der Leiter rum. Warte. Ey, hau mich nicht. Ey. Komm mir nicht runter, weil du mir vor der Nase stehst. Wo bin ich jetzt? Oben. Warte, ich komm noch. Ich geh aus dem Haus raus. Du stehst von mir immer noch vor. Ich bin aus dem Haus draußen. Was denn war ich grün? Aja. Wo waren wir eigentlich schon mit dem Berg? Ach. Gutes Stück voran sind wir schon gekommen. Ich schnapp mir den Creeper und mach den noch ein bisschen weiter. Ich bin schon wieder auf dem Haus. Nein. Ey, scheiß Creeper. Was ist denn los? Mit dem anderen Zerrer geht's doch flüssig. Ja, keine Ahnung, was los ist. Ich muss eh gleich kurz auf nochmal unterbrechen, weil ich was klo muss. Aber ich brauche das Loch hier noch zu, komm nochmal ins Haus zurück. Kommst du jetzt runter? Ich bin aus dem Haus draußen. Achso. Bist du auf dem Dach gespawnt? Nö. Ja. Das wollte ich nicht eben in der Höhle machen. Deswegen ist es auch besser, dass wir jetzt nach Hause gekommen sind. Du hast keine Rüstung an, oder? Doch. Du hast keinen Helm an. Achso. Egal. Eine Stunde. Ich stell mich kurz ins Haus. Aufnahme, kurze Unterbrech... äh, kurze Unterbrechung. Gleich wieder da. Bis dann. Und da sind wir auch schon wieder. Und joa. Kinder nur mit dem Axt. Mit der Axt. Hahaha. Was? Tust du mal dein Gold in den Ofen? Mit rein? Doch. Warte, ich will eine Spinner angeln. Man kann's auch lassen. Ah! Damit bei uns am Haus. Wenn du die meinst. Die, die mich gerade angreift. Hahaha. Hab ich die mir nicht gezogen hier, ne? Welche... Welche... Welche meinst du, worauf ich spinne? Ja, die die über den Filter. Nee, die hinger am Haus. Die hast du nicht gezogen. Wo ist denn hier bitte drin? Ähm, in dem mittleren Ofen, Eisen und rechts dann Gold. Ich hab's auch, äh, 9. Und ein Wunderpulver. Wunderpulver. Frag nicht, ich hab keine Ahnung, wie Kian gerade auf diesen Namen kommt. Oh ja. Und warum es mein Wunderpulver ist. P-Pulder. Kannst du dich damit anstellen? Ja, ich kann viel damit anstellen. Und... Du etwa nicht, Kian? Ich kann, äh, automatische Bar bauen. Ich kann... ...Methisten was bauen. Aber nicht die ganzen, die mit dem Du schaust. Ja, okay. Wir haben 6 Eier. Wir haben... ...über 4 Stacks Kohle, Kian. Ich weiß, ich kann bisschen was fragen. Hm. Merkt man. Äh... Wollen wir's Haus mal bauen? Ja, können wir machen. Haben wir Holz? Wieso hast du denn... Dein... ...Eisenerz? Achso. Weil der Ofen voll ist. Dann tust's eben zu dem Gold rein. Das ist doch schon wieder fertig. Wir haben immer noch 2 Holzblöcke. Nee, doch. Da haben wir noch was und da haben wir noch was. Ja, aber viele aber trotzdem nicht. Ich geh mal ein bisschen Farm, ne? Ja, was soll ich, äh, Holzbretter drauf machen oder... ...brauchen wir noch Holzblöcke? Auch normales, meiner Meinung nach. Ja. Aber nicht mehr... Okay, wir brauchen erstmal Holztreppen, ne? Ja, Holztreppen brauchen wir. Oder haben wir oben in der Kiste noch was? Nee, die hab ich alle verbaut das letzte Mal. Okay, ich hab jetzt 2 Stecks und 2 Stecks. Ja, die Erde gehört nicht in die eine Kiste da, die gehört in die große... Oh ja, die Erdekiste. Okay, ich kann's auch gewesen sein, also egal. Äh, irgendwas wollte ich grade tun, ich hab auch vergessen was. Ist das Schwank? Nee, das ist Sand. Ja, ich kenn' ich mit diesem Tech-Shot-Pack auch noch nicht wirklich. Tintenbüttel haben wir zwei. Angehörer war einer. Woher sollen wir denn Schwank haben? Ja, weiß ich doch nicht, sauber so aus am Anfang. Echt, komm nicht an die Workbench. Ja, warte, ich geh runter. Kommst du jetzt ran? Ja. Geht doch. Ich glaub's halt drauf. Moment mal, warum geht das Wort Holztreppen, ne? Ja, ich brauch' Holztreppen. Das kannst du dann aber auch mit dem anderen Holz machen. Und hier sind doch noch 52. Die Holztreppen kannst du auch aus dem Birken... Wo ist das hin? Da. Hier, die Holztreppen kannst du auch aus dem machen. Da, die vor dir. Dann ist das schon mal weg, weil ich mag das Holz nicht so. Oh, welche sind denn das? Lalalalalala. Lalalalalala. Falsch. Ich weiß noch mal, weil wir haben noch so ein Schachfeld gebaut, ne? Auf den verschiedenen Haltbanken, dann hat der Peckler, das ist dann geil. Ja. Das ist einfach so kakao. Ne, ich mach mir noch eine Axt, sonst ist es bescheuert. Ein, ein Feinderei. Ich hab' noch einer. Ja, ich mach' trotzdem. Ich hab' immer noch... Haha, nee. Ich hab' immer noch eine Tür bei mir. Hm. Okay, wir könnten eigentlich auch hier bei uns Bäume anpflanzen, ne? Das mach' ich jetzt mal. Ne, lass uns... Lass uns etaglich bauen. Also, wir haben halt genug Erde, dass wir ein Erdhochhaus bauen. Und dann... Und dann...